Seid gegrüßt, Leute! Was lest ihr gerade? Ja, mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, womit ich als Catchphrase oder als Einstiegsfrage dieses Video beginnen könnte. Ich frage deshalb, weil ich mir in letzter Zeit einige Sachen als Hörbücher runtergeladen habe auf Audible. Ja, ich bin so faul, viele Sachen lade ich mir als Hörbuch runter. Manche Sachen habe ich zu Hause auch zum Lesen. Das Problem ist, ihr wisst, ich bin Pendler und ich habe schon gemerkt, wenn ich im Zug lese, schlafe ich ein und im Auto lesen geht es sowieso nicht. Also habe ich viele Sachen auch als Hörbücher und ich habe mir zu ganz verschiedenen Sachen Hörbücher jetzt schon besorgt, manchmal auch Romane. Dieses Video wird wieder etwas für diejenigen, die auf Geschichte stehen. Nur im Gegensatz zu meinen üblichen Geschichtsvideos ist dieses Video natürlich nicht geskriptet, sondern ihr merkt, ich rede hier Freestyle. Denn ich spreche über ein Geschichtsbuch, das ich mir gerade mal vor zwei Tagen besorgt habe und durchgehört habe. Dieses Buch ist eine Kuriosität. Da schreibt nämlich ein Engländer über deutsche Geschichte. Gut, das ist jetzt nicht das Kuriose. Ich meine, ich mag auch zum Beispiel den Historiker Christopher Clarke. Das ist jetzt in Australien. Der interessiert sich interessanterweise sehr für deutsche und preußische Geschichte. Muss man auch mal drauf kommen, sich in Sydney für sowas zu interessieren. Aber okay. Dieser Autor, James Hawes, hat auch ein Buch geschrieben, die kürzeste Geschichte Englands. Ich bin gespannt, welche Thesen er in diesem Buch aufstellt. Die These, die sich durch sein Buch die kürzeste Geschichte Deutschlands zieht, ist allerdings so, als ob es einen Kabarettist geschrieben hätte. Deswegen will ich euch dieses Buch mal ein bisschen zeigen in dem Video hier. Ich kann natürlich jetzt hier schlecht Ausschnitte aus dem Hörbuch hier einspielen. Deswegen müsst ihr euch mit diesem Deutschlandfunkartikel, den ich hier verlinkt habe, begnügen. Dann habe ich zumindest eine Quelle. Und ich verlinke euch natürlich auch das Buch, falls ihr das kaufen wollt. In diesem Buch erst einmal das Positive. Er befasst sich mit circa 2000 Jahren deutscher Geschichte. Oder naja, ich sag mal, alles, was so vor dem 10. Jahrhundert. Oder sind wir mal großzügig. Alles, was vor Karl dem Großen ist, würde ich jetzt nicht wirklich als deutsche Geschichte ansehen. Sogar Karl der Große kann nicht als Deutscher gelten, sondern der Mann ist Franke. Also, aber er behandelt halt auch die Vorgeschichte der Germanen und so weiter. Sehr informativ. Jetzt kommt das unfreiwillig komische an dem Buch. Er stellt die Behauptung auf, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung jetzt immer noch nicht zusammengewachsen sei, was aus seiner Sicht ohnehin nicht zusammengehört. Ja, denn die Probleme, die es zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen gibt, die haben laut James Horst eine viel längere Wurzel. Eigentlich hätten die Gebiete östlich der Elbe nie zu Deutschland gehört. Kulturell. Faszinierend. Ja, äh, bei dieser These habe ich mich schon gefragt, wie kommt er darauf. Und, ähm, es ist ganz interessant, ihm zuzuhören. Er versucht natürlich das schon auch zu begründen, bloß bei der Begründung hat es mir die Haare aufgestellt. Was für ein Haufen Scheiße. Ja, er argumentiert dann damit zum Beispiel, dass der preußische Einfluss in der jüngeren deutschen Geschichte, weil Preußen hat ja vor dem 18. Jahrhundert in der deutschen Geschichte keine wichtige Rolle gespielt, Preußen wird erst durch Friedrich den Großen so richtig bedeutsam in der Geschichte. Da taucht plötzlich Preußen als neuer Big Player auf dem europäischen Schachbrett auf. Und er behauptet, dass quasi dieser autoritäre, militärische Einfluss von Preußen Deutschland eben nicht gut getan hat, eine These, die man ja durchaus vertreten kann, der militaristische Geist Preußens wurde zum Beispiel auch sogar schon im 18. Jahrhundert kritisiert, das ist überhaupt nicht neu, im 18. Jahrhundert gab es zum Beispiel den Spruch, viele Staaten haben eine Armee. Preußen ist eine Armee, die einen Staat hat. Also den Militarismus und den Autoritätsgeist Preußen zu kritisieren, das ist jetzt nicht neu an ihm. Er macht allerdings Preußen und auch die Sachsen mitverantwortlich zum Beispiel für die Machtübernahme der Nazis, weil er hat sich eine Karte angeguckt, wo zu sehen ist, wo denn die NSDAP die meisten Stimmen verzeichnet hat, die meisten, die höchsten Wahlgewinne. Und er nimmt das jetzt zum Anlass zu sagen, ja guck mal da, die haben ja schon damals ziemlich rechts gewählt, so wie heute, da ist die AfD oder auch die Linke sehr beliebt. Der Westen wählt nun mal anders und das hätte nichts mit der DDR zu tun, dass zum Beispiel in Thüringen die Hälfte aller Leute entweder AfD oder Linkspartei wählen. Nein, das sei ein Problem, das schon länger zurückliege, weil der Osten sei eben autoritärer geprägt als Westdeutschland, was vor allem an Preußen liegt. Inwiefern das jetzt auch mit den Sachsen zu tun hat, ist mir nicht ganz klar. Die Sachsen kommen natürlich bei ihm auch nicht gut weg, warum auch immer, ich meine als Angelsachse, es ist jetzt auch nicht neu, dass jemand den preußischen, militaristischen und autoritären Geist für die Machtübernahme der Nazis mitfahrt durchgemacht. Das haben durchaus die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemeint. Also da wurde auch alles preußische, Preußen hat mit dem Zweiten Weltkrieg aufgehört zu existieren, endgültig. Genau genommen hat es schon 1933 aufgehört zu existieren, als Hitler alle Länder aufgelöst hat. Es stimmt, dass Preußen ein ziemlich militaristisches und autoritäres Denken an den Tag gelegt hat und ich würde auch unterschreiben, dass das bei einigen, zum Beispiel bei Hindenburg, höchstpersönlich zu Fehlentscheidungen geführt hat. Hindenburg war ein alter, schon 1913 pensionierter General der preußischen Truppen, der extra für den Krieg nochmal zurückgekehrt ist und der dann in der von ihm eigentlich verhassten Republik dann zum Staatsoberhaupt wurde und der dann 1933 die größte Fehlentscheidung seines Lebens getroffen hat, indem er Hitler zum Reichskanzler machte. Was ich allerdings noch schlimmer finde als das, vieles, es wird oftmals Hindenburg vorgeworfen, dass er Hitler zum Kanzler gemacht hat. Ich finde es viel tragischer, dass er diese Entscheidung nie wieder rückgängig gemacht hat. Hindenburg hat noch bis 34 gelebt, bis zum Sommer 34. In all dieser Zeit hätte er eigentlich Hitler absetzen können. Er wäre der Letzte gewesen, der es noch konnte nach dem Ermächtigungsgesetz, hinter dem auch Hindenburg stand. Ja, wie gesagt, kein Wunder, der Mann dachte so autoritär, aber wenn man bedenkt, dass Hitler ja nicht nur in der Zeit die Demokratie beseitigt hat, die Hindenburg ebenfalls nicht mochte, sondern dass Hitler auch in der Zeit die Konzentrationslage, die ersten Konzentrationslage gebaut hat und Jagd auf seine politischen Gegner gemacht hat, sogar die Sache mit dem vermeintlichen Rödenputsch hat Hindenburg gerade noch so mitgekriegt. Die Entrechnung der Juden. Ich frage mich, warum oftmals Hindenburg vorgeworfen wird, dass er Hitler zum Kanzler gemacht hat, weil er sich davon eine Stabilisierung der politischen Lage erhoffte. Ich könnte diesen Fehler noch verstehen, wenn er denn ihn rückgängig gemacht hätte. Ich frage mich bloß, warum er nichts unternommen hat, um Hitler aufzuhalten nach dem, was Hitler so in diesem allerersten Jahr, in dem er regiert hat, so angestellt hat. Aber ich schweife jetzt vom Thema ab. Ja, ich unterschreibe durchaus die Behauptung, dass der preußische autoritäre und militaristische Geist eine Rolle gespielt hat bei den Demokratiegegnern in der Weimarer Republik. Preußen war in der Weimarer Republik zwar auch ein ganz normaler Bundesstaat, aber trotzdem hatte die Weimarer Republik ja das große Problem, dass sie zu viele Republikfeinde in ihren eigenen Reihen hatte. Und Hindenburg und andere Generäle gehörten mit dazu. Also ja, jetzt kommt der Haken. Es waren nicht nur die Preußen, die so dachten. Also ich erinnere mich, dass 1923 in München ein gewisser Adolf Hitler zum Putsch gerufen hat. Und ich weiß, glaube ich, dass München nicht in Sachsen und nicht in Preußen liegt. Es ist es zwar so, man könnte jetzt sagen, Hitler war ja bloß ein Stammtischheld damals in München 1923. Ja, er war bloß ein kleiner Bierkellerredner. Ja, aber was viele oft gar nicht wissen, der Hitler-Putsch war gar nicht geplant gewesen als Hitler-Putsch, sondern Hitler hat eigentlich nur eine Veranstaltung gekapert. Es war die bayerische Regierung unter Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr, die ebenfalls einen Putsch nach dem Vorbild Mussolinis vorgehabt hätte, einen Aufstand gegen das Reich. Hitler ist ihm halt dann nur zuvor gekommen. Er hat die Veranstaltung am 9. November oder am Abend des 8. November 1923 gekapert und hat den Generalstaatskommissar mit vorgehaltener Waffe dazu aufgefordert, sich ihm anzuschließen. Was dieser natürlich erst einmal getan hat, weil er ja die Waffe auf die Brust gerichtet hatte, aber dann war Erich Ludendorff, der ebenfalls sich für den Putsch zur Verfügung stellte, so intelligent und hat ihn laufen lassen, sodass Gustav Ritter von Kahr, der im letzten Moment kalte Füße bekommen hat, dann auch rechtzeitig Bescheid gegeben hat, hey, da läuft was im Bierkeller, die planen da was und auf diese Art und Weise ist er ungeschoren davongekommen, weil er hatte seinen Plan nie umgesetzt. Stattdessen ist dann Hitler in den Bau gewandert, aber wie wir alle wissen, leider nicht lange genug, es hat ihn auch nicht aufgehalten, weil die Justiz in der Weimarer Republik auf dem rechten Auge blind war und ich glaube auch nicht, dass das nur für preußische Juristen galt, denn Hitler wurde damals in München verurteilt zu einer ziemlich, ziemlich milden Strafe und hätte Hitler nicht geputscht, dann hätte kurz darauf die bayerische Regierung geputscht. Also es liegt hier nicht einfach bloß am bösen Preußen oder bösen Sachsen, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Das Schöne ist, dass unser Autor hier versucht, quasi die Schuld für das, was in der deutschen Geschichte hauptsächlich schiefgelaufen ist, einfach immer schon den Ostdeutschen zuzuschreiben. Alles, was so östlich der Elbe ist, das hätte kulturell nie so ganz zu uns gehört. Deswegen sei bei der deutschen Wiedervereinigung, wie er behauptet, nicht zusammengewachsen, was ohnehin nie zusammengehört hat. Wahnsinnig komisch! Und sein Versuch, die guten Wahlergebnisse der NSDAP auf der Landkarte ebenfalls hauptsächlich den Ostdeutschen zuzuschieben, der scheitert schon daran, dass Sachsen hier auf dieser Karte, ich habe sie hier eingeblendet, dass sie die Wahlergebnisse von der Märzwahl 33, ja, ihr habt richtig gehört. Es gab im März 33 noch einmal eine Wahl. Das war allerdings dann schon keine wirklich freie Wahl mehr, muss man dazu sagen. Also da stand ja die SA vor den Wahllokalen und so weiter, hat die Leute eingeschüchtert und so. Das war ja noch nach dem Reichstagsbrand. Auch die KPD war verboten. Gut, ist jetzt kein Verlust, war eine stalinistische Partei, aber Hindenburg hat sie natürlich verbieten lassen und das kam Hitler gerade recht, weil damit hatte er einen Gegner des Ermächtigungsgesetzes weniger. Und es hing alles an der SPD, die es alleine auch nicht richten konnte. Auch wenn, und das kann man der SPD bis heute hoch anrechnen. Die SPD war 1933 beim Ermächtigungsgesetz die einzige Partei im Reichstag, die geschlossen gegen dieses Gesetz gestimmt hat. Eine Sternstunde der SPD, auch wenn es ihr nichts genutzt hat. Aber wie hat Otto Wels nach dem Votum zum Ermächtigungsgesetz zu Hitler gesagt? Er war der letzte, der Hitler noch öffentlich widersprochen hat in einem Parlament. Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Unsere Ehre nicht. Ich sehe schon beim Blick auf die Karte, dass sein Versuch hier zu sagen, ja die NSDAP hat im Osten viel besser abgeschnitten damals als im Westen und deshalb habe schon damals der Osten irgendwie saukomisch gewählt, ganz anders als der Westen. Und deswegen ist es nicht nur ein Problem seit der DDR, dass der Osten anders geprägt ist als der Westen. Das war schon immer so und Deutschland hätte eigentlich für immer Westdeutschland, Bonner Republik bleiben sollen. Das ist so seine Schlussfolgerung und das ist Bullshit. Ich sehe auf dieser Karte, dass zum Beispiel, ja, ich sehe auf dieser Karte zwar auch, dass im Osten, besonders in Ostpreußen, die NSDAP 1933 besonders gut abgeschnitten hat. Lassen wir mal beiseite, dass das keine wirklich freie Wahl mehr war. Trotzdem, man sieht, dass andere Bereiche nicht so stark braun sind wie Ostpreußen. Ja, bloß Ostpreußen erstens einmal ist nicht Sachsen und es ist auch nicht auf dem Gebiet des heutigen Ostdeutschlands und es gibt einen ganz ersichtlichen Grund, finde ich, warum die so gewählt haben. Ich weiß nicht, ob es sonst wer sieht und ich finde es schade, dass ein Historiker das nicht bemerkt. Ostpreußen ist seit dem Versailler Vertrag abgeschnitten gewesen von dem Rest Deutschlands und Hitler war derjenige unter den Weimarer Politiker, der am lautesten gegen den Versailler Vertrag gepoltert hat. Alle Parteien haben das Ziel gehabt, eine Aufweichung und Revision dieses Vertrags zu erwirken, irgendwann mal drauf hinzuarbeiten. Und Gustav Stresemann war dabei am allererfolgreichsten. Gustav Stresemann hat viel unternommen, um diese Vertragsbedingungen aufzuweichen, erfolgreich und mit diplomatischen Mitteln, anders als Hitler. Stresemann ist dann halt kurz vor der Wirtschaftskrise 1929 gestorben und ein paar Jahre später ging alles den Bach runter. Was aber eben nicht an den Sachsen liegt und auch nicht an heutigen Ostdeutschen. Es lag daran, dass im entscheidenden Moment diejenigen, die die Republik hätten verteidigen müssen, versagt haben. Ob das jetzt die Parlamentarier waren, die für das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, ob das Hindenburg war, der Hitler zum Kanzler gemacht hat und der ihn auch nie wieder abgesetzt hat. Auch obwohl, obwohl Hitler KZs gebaut hat. Obwohl Hitler in dieser Zeit KZs gebaut hat. Obwohl er die Juden entrechnet hat, hat Hindenburg nichts gemacht. Das ist das, was man Hindenburg meines Erachtens vormachen sollte. Dass er Hitler zum Reichskanzler gemacht hat, geschenkt. Kann man verstehen, wenn es ein Fehler gewesen wäre, den er wieder rückgängig gemacht hätte. Und dann gab es dann natürlich noch Franz von Papen, der gemeint hat, er will wieder Mitglied in der Regierung sein. Hauptsache, er findet irgendeinen Koalitionspartner oder hat mit Hitler koaliert. Was für ein Haufen Scheiße. Auf diese Art und Weise ist der an die Macht gekommen. Und man kann das jetzt nicht einfach den Ostdeutschen zuschreiben, weil man sieht auch hier auf der Karte, dass Hessen und Hessen-Darmstadt, beziehungsweise wie das damals ist, nicht so anders gewählt hat als Sachsen zum Beispiel. Man sieht hier, dass Franken auch nicht anders eingefärbt ist als Sachsen. Also geht, glaube ich, die Rechnung von James Horst, so von wegen, der Osten hat schon immer anders gewählt als der Westen und darum sind hauptsächlich die Preußen und die Sachsen am Erfolg der Nazis schuld gewesen, nicht so wirklich auf. Horst spricht immer von Ost-Elbien, wenn er den östlichen Teil Deutschlands meint einfach alles, was jenseits der Elbe ist. Östlich jenseits der Elbe. Das alles hätte nie wirklich zu Deutschland gehört. Vor allem nicht Preußen, das sei es Fremdkörper vom Osten gekommen. Und ja, es stimmt, Preußen hat natürlich seine Wurzel nahe des heutigen Baltikums, teilweise auch im Baltikum, nördlich von Polen. Da kamen die Prusten her, ist schon richtig. Ab dem 18. Jahrhundert verschmolzen dann Brandenburg und Preußen und zwei Generationen danach kam dann halt Friedrich der Große und machte Preußen zu einer neuen Großmacht, die Österreich-Habsburg herausforderte. Nochmal 100 Jahre später kam dann Bismarck und beendete dann diesen Dualismus zwischen Preußen und der alten Großmacht der Habsburger auf deutschem Raum und hat dafür gesorgt, dass das geeinte neue Deutschland ein Deutschland unter preußischer Vorherrschaft wird. Das war ihm vor allem wichtig, denn die deutsche Einheit, die wollten viele. Mit dieser Absicht rannte Bismarck eigentlich nur offene Türen ein bei allen. Dieser Wunsch war schon ewig seit den Kämpfen gegen Napoleon da. Was Bismarck aber halt wollte, ist, dass Preußen der Bestimmer hier im Reich wird und nicht die alte Großmacht der Österreicher. Deswegen mussten die 1866 erstmal in der Schlacht von Königgrätz besiegt werden. Zu dieser Geschichte äußert sich der Autor ebenfalls interessant. Er bezeichnet das halt als eine Art Machtübernahme der Preußen, eine Unterwerfung. Die bismarckische Reichseinigung von 1871 sei eigentlich bloß eine Unterwerfung des Rest Deutschlands durch die Preußen gewesen und mehr nicht. Ja, es gab sicherlich einige, die sich damals auch so gefühlt haben. Es gab ja auch Gegner der deutschen Einheit, eben gerade deswegen. Die einen Gegner der deutschen Einheit damals fürchteten um ihre Souveränität. Dazu gehörte zum Beispiel auch der bayerische König. Aber gegen so sechs Millionen aus der Preußischen Staatskasse, ja, wer kann denn da hin sagen? Also, ja. Da hat sich dann auch Ludwig II. den Märchenkönig bestechen lassen. Die anderen Gegner der deutschen Einheit waren eigentlich nicht unbedingt gegen die deutsche Einheit, sondern sie fürchteten einfach, dass die Preußen zu viel Macht bekommen und diese Sorge war berechtigt. Bismarck hat schon dafür gesorgt in der Verfassung, dass die Preußen die Bestimmer bleiben und sind denn in der bismarckischen Reichsverfassung, die zwar eine föderalistische Ordnung vorsieht, also es gab 25 Bundesstaaten, die jeweils ihre eigenen Landesregierungen hatten und es gab auch im Kaiserreich schon den Bundesrat, durch die die verschiedenen Länderregierungen Einfluss auf die Reichsgesetzgebung nehmen konnten, also genauso wie heute. Ein riesiger signifikanter Unterschied ist allerdings in der bismarckischen Reichsverfassung wurde festgelegt, dass automatisch immer der preußische König der deutsche Kaiser ist und dass der Ministerpräsident Preußens immer automatisch auch der deutsche Kanzler ist. Also diese Sonderrolle hat sich hier bismarck rausgenommen. Was da noch hinzukommt, ist, dass Preußen allein die Hälfte des gesamten Gebietes des deutschen Kaiserreichs flächenmäßig eingenommen hat und dass in Preußen 40 Prozent der Gesamtbevölkerung lebten, wodurch natürlich Preußen mit Abstand die allermeisten Sitze im Bundesrat hatte. Durch diese Sonderregelung, das mit dem preußischen König, der automatisch immer dazu bestimmt ist, der deutsche Kaiser zu sein und dasselbe auch für den preußischen Ministerpräsidenten und der Punkt mit der übergroßen Anzahl an Sitzen im Bundesrat, das war halt dann der Punkt, wo Preußen ganz klar das Kaiserreichs dominiert hat, sehr stark. Da gab es auch die passende Karikatur aus der Zeit damals. Diejenigen, die das kritisiert hatten, diejenigen, die nicht so begeistert davon waren, dass die Preußen sich jetzt dauerhaft als die Bestimmer im Reich festschreiben wollten, haben da so eine Karikatur gemacht, wo sich so eine Pickelhaube über eine Deutschlandkarte stülpt, so mit dem Spruch drüber. Ganz Deutschland kommt unter einen Hut? Es kommt eher unter die Pickelhaube. Also an der Kritik von James Horst ist durchaus was dran. Preußen hat schon dafür gesorgt, dass dieses Deutscher vor allem sein Deutschland wird, sein preußisches Deutschland. Aber trotzdem muss man Bismarck lassen. Er hat den allerersten deutschen Nationalstaat geschaffen, ein echter, moderner Staat, so wie ihn die anderen auch hatten. Und viele andere Verfassungen, die danach entstanden sind, die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz, haben durchaus noch Ähnlichkeit mit der Reichsverfassung von Bismarck. Auch wenn es natürlich keinen Kaiser mehr gibt und heute das Parlament viel mehr Macht besitzt als zu Bismarcks Zeit. So viel zu den Preußen. Aber zu behaupten, die Preußen hätten nie kulturell zu Deutschland gepasst. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Gut, man könnte jetzt sagen, nach seiner Logik trennt sich ja das Kulturelle eigentlich in Deutschland, Westdeutschland schon immer entlang der Elbe. Man könnte jetzt sagen, ja, die ursprünglichen Sachsen im Frühmittelalter, die lebten ja auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens. Man darf das damalige Sachsen nicht mit dem heutigen Sachsen geografisch verwechseln. Auch in späteren Jahrhunderten spielte Sachsen immer wieder eine große Rolle in der deutschen Geschichte. Auch als es dann schon die geografischen Positionen des heutigen Sachsens hatte. Ebenso auch Brandenburg und zwar noch bevor es mit Preußen verschmolz. Im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation. Oder im Mittelalter hieß es zunächst erst einmal bloß Heiliges Reich oder Heiliges Römisches Reich, Sacrum Romanum Imperium. Dort waren die Landesherren von Brandenburg, der Markgraf von Brandenburg und der Herzog von Sachsen Kurfürsten. Und das ist was sehr Bedeutsames, denn die Kurfürsten waren diejenigen, die gemäß der Goldene Bulle von 1356 dazu berechtigt waren, den König zu wählen, der dann vom Papst auch zum Kaiser gegrönt werden konnte. Die Kurfürsten waren diejenigen, die Wahlrecht hatten, die den Kaiser gekürt haben, darum Kurfürsten. Davon gab es dann in der Goldene Bulle sieben, dass der König bzw. Kaiser gewählt wird. Das gab es schon vorher. Das war vorher mündliches und Gewohnheitsrecht. Im Mittelalter gab es wenig Gesetzbücher. Aber 1356 hat man das dann doch nochmal besser schriftlich festgehalten in der sogenannten Goldenen Bulle. Und ich würde nicht behaupten, dass der Herrscher von Brandenburg und der Herrscher von Sachsen zu Kurfürsten gemacht wurden. Da würde ich nicht sagen, dass die nicht wirklich zu Deutschland gehört hätten kulturell. Ich sehe jetzt auch keinen Punkt, wo sich im Mittelalter die Sachsen und die Brandenburger vom Restdeutschlands unterschieden hätten kulturell. Hinzu kommt, dass dann Sachsen spätestens in der Reformation dann nochmal sehr, sehr bedeutsam wurde. Einmal, weil die Reformation von dort aus ihren Ausgang nahm. Und zum anderen, weil der sächsische Kurfürst so großzügig war, Martin Luther vor dem Kaiser zu verstecken. Das war möglich, denn die einzelnen Landesherren waren im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit mächtiger als der Kaiser selbst. Er mag sich Kaiser genannt haben oder nennen dürfen als einziger Führer der Monarchie in Europa. Aber das Heilige Römische Reich, das sich ab dem 15. Jahrhundert dann noch zusätzlich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation nannte, war nie wirklich eine Nation. Es war auch kein Staat nach heutigem Verständnis. Es war ein ziemlich lockerer Haufen von vielen Einzelkleinstaaten. Und die einzelnen Landesherrscher, die einzelnen Fürsten und Herzöge waren in ihren jeweiligen Herrschaftsgebieten oft mächtiger als der Kaiser selbst. Es gab nur ganz, ganz wenige gemeinsame Gesetze, die gemacht wurden. Dafür haben sich dann halt Fürsten und Kaiser zu einem Reichstag getroffen. Zum Beispiel in Worms, wo ja auch Luther sich damals dann verantworten musste. Oder auch in Regensburg, mal hier, mal da. Es gab im Heiligen Römischen Reich wenige gemeinsame Gesetze und wenig gemeinsame Institutionen. Es dauerte zum Ende des 15. Jahrhunderts, bis es im Reich mal überhaupt einen einheitlichen Gerichtshof gab, nämlich das Reichskammergericht in Regensburg. Und es dauerte dann nochmal 30 Jahre, bis sich Kaiser und Fürsten auf ein gemeinsames Strafgesetzbuch, nennen wir es mal so, geeinigt haben, die Karoliner Gerichtsordnung. Das Heilige Römische Reich war ein Flickenteppich, ein Puzzle aus vielen verschiedenen Fürstentümern, freien Reichstädten, Herzogtümern oder aber auch Gebieten, die zum Beispiel gar nicht dem Staat oder der Kirche gehört haben. Und es gab auch keinen zentralen Herrschaftssitz und keine Hauptstadt. Erst als im 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts, die Habsburger aufstiegen an die Spitze der Macht, ein wahrlich kometenhafter Aufstieg, da wurde allmählich Wien immer bedeutender, genauso wie Prag. Denn die Habsburger haben es geschafft, ab dem 15. Jahrhundert dann auch wirklich durchgehend auf dem Thron zu bleiben. Und das, obwohl der Kaiser gewählt wurde. Dieser Dezentralismus in der deutschen Geschichte ist der Ursprung unseres heutigen Föderalismus. Das Heilige Römische Reich, auch wenn es wirklich nie ein geeintes Reich war, sondern immer ein föderaler, ziemlich dezentraler, lockerer Reichsverband. Dieses Reich ist der Ursprung unseres Föderalismus in Deutschland. Und diesen Föderalismus hat dann auch jeder moderne Staat, den es ab 1871 dann in der deutschen Geschichte gab, als Tradition weitergeführt. Mit Ausnahme des sogenannten Dritten Reichs. Denn die Nazis mochten keinen Föderalismus. Aber aufs Reich selbst haben sie sich natürlich schon bezogen. Deswegen nannten sie sich ja Drittes Reich. Das Erste Reich war das Heilige Römische Reich, nach ihrer Logik. Das Zweite war dann das Deutsche Kaiserreich. Und sie selber, Hitler, wollte dann das Dritte Reich sein, das nochmal tausend Jahre bestehen würde. Man kann sagen, es waren die kürzesten tausend Jahre der Weltgeschichte. Aber zurück zum Mittelalter und zurück zur Zeit der Reformation und zum Kaiser. Denn auch wenn er den glanzvollen Titel Kaiser hatte und es gab sonst keinen anderen Kaiser in Europa. Andere Länder hatten Könige. Die Deutschen hatten einen Kaiser. Das war auch der Grund, warum sich dieses Reich den glanzvollen Namen Sacrum Romanum Imperium gegeben hat. Die Kaiser dieses Reiches verstanden sich in der legitimen Nachfolge der altrömischen Kaiser. Denn sie waren die einzigen in Europa und sie wurden vom Papst gekrönt. Also waren sie römisch und römisch-katholisch. Doch genau dieser Anspruch, Erben des Römischen Reichs und Hüter des römisch-katholischen Glaubens für den Papst zu sein, genau dieser Anspruch war es, der dann die Reformation in Deutschland einschlagen ließ wie eine Bombe. Vor allem bei Heiliges und Römisches Reich, wenn man in Glaubensfragen gespalten war und wenn ein Teil der Fürsten sich auf die Seite von Luther schlägt. Deswegen hat die Reformation im 16. Jahrhundert dann auch eigentlich die Folgen einer politischen Revolution gehabt. Und nochmal 100 Jahre später führte sie zum 30-jährigen Krieg. Aber auch hier spielten Sachsen, Brandenburg und andere Gebiete in Ostdeutschland ebenfalls eine wichtige Rolle. Ich meine, man denke an das Fanal von Magdeburg im 30-jährigen Krieg. Man denke an die Wartburg, auf der Luther seine Bibelübersetzung gemacht hat, die für die deutsche Sprache, für die Entstehung des Hochdeutschen sehr wichtig war. Das kann man auch sagen, wenn man von Luther eigentlich nichts hält. Ich sehe hier nicht, dass sich zu diesem Zeitpunkt die ostdeutschen Länder von den westdeutschen unterschieden hätten. Östlich oder westlich der Elbe. Und auch im Zeitalter des Absolutismus haben viele Staaten versucht, Frankreich nachzuahmen und sei es auch nur kulturell, architektonisch. Und da waren die Preußen unter Friedrich dem Großen oder aber die Sachsen unter August dem Starken nicht anders. Viele Gebäude, die Dresden bis heute Zieren, wie zum Beispiel der Dresdner Zwinger und sowas, die sind in dieser Zeit entstanden. Und wo ist jetzt bitte hier schön der kulturelle Unterschied zu Sachen, die jetzt im Westen stehen? Und wo ist bitte schön der Unterschied zwischen den Gebäuden, die Friedrich der Große, wie zum Beispiel Schloss Sanssouci, errichten hat lassen? Und eben der Vorlage, also den französischen Bauten als Vorlage, die ihm dir dienten? Ich sehe hier keinen Unterschied zwischen Ost und West. Nicht zu dieser Zeit. Na gut, der Autor könnte jetzt natürlich, wenn man ihn danach fragt, vielleicht ausweichen, indem er meint, ja, aber ich sehe ja die Elbe als den Grenzfluss an. Ähm, es ist halt so, klar, große Städte wie Dresden und Leipzig und so weiter, die sind zwar Ostdeutschland, aber sie sind westlich der Elbe. Das Ding ist nur, das würde ich jetzt als Ausweichmanöver oder Argument nicht gelten lassen, weil er will ja in seiner Argumentation immer darauf hinaus, dass die Wiedervereinigung hätte nicht stattfinden sollen, weil Ost-West hätte in Deutschland nie zusammengepasst kulturell. Er mag zwar dann immer die Elbe als den kulturellen Grenzfluss, also sozusagen den Ossilimes, anführen, wonach dann auch ostdeutsche Städte wie Erfurt, Dresden und Leipzig plötzlich in Westdeutschland wären. Das beißt sich aber dann mit seinem Versuch, erklären zu wollen, warum die AfD in Thüringen und Sachsen so stark ist, weil das ja Osten ist und nach seiner Logik ganz Ostdeutschland kulturell nicht zum Westen passe. Also da passt da nichts zusammen, dass er hier die kulturelle Grenze immer entlang der Elbe ziehen will. Auch kurios ist, dass der Autor James Horst dann jedes Mal die Elbe, die vergleicht er dann immer so mit Limes. Er meint dann, alle große bedeutenden Städte Deutschlands seien ja dann im Westen, also da, wo mal der Limes war, was noch zum Römischen Reich gehört hat, entstanden. Für Hamburg macht er mal eine Ausnahme, mir fehlen dann andere große Städte wie Dresden oder Magdeburg, könnte man jetzt auch noch nennen, wenn man will. Und wie passt eigentlich Berlin dann in dieses Schema? Klar, also Berlin spielt genauso wie Preußen lange Zeit keine Rolle in der deutschen Geschichte. Berlin wird erst bedeutend im 18. oder mit dem Aufstieg Preußens. Als Preußen begann die Habsburger in Wien herauszufordern. Im Übrigen, Mr. Horst, Berlin war nie eine braune Stadt. Berlin war auch in der Weimarer Republik eine rote Stadt. Ich denke mal, das haben große Städte dann so an sich. Ich kann sagen, hier in Bayern ist es ähnlich. München, die Hauptstadt München, ist ebenfalls rot. Wie ich Anfang schon gesagt habe, ich will das Buch insgesamt nicht verreißen, weil er bietet einige ganz interessante Einblicke und einige Informationen so über die ganze Geschichte Deutschlands. Bloß seine These, seine Behauptung, Deutschland wäre eigentlich besser dran gewesen ohne den Osten. Es sei mit der Wiedervereinigung eigentlich nur immer noch nicht zusammengewachsen, was sowieso nicht zusammengehöre. West-Deutschland hätte eigentlich seinen Platz im Westen gefunden. Und Bonn sei eigentlich, weil es eben näher an Paris und so weiter ist, eher typisch westlich als Berlin, das näher an Warschau und an Prag läge. Abgesehen davon, Prag war ebenfalls lange Zeit eine bedeutende Stadt der deutschen Geschichte, weil das Königreich Böhmen hat ebenfalls zum Heiligen Römisch Reich gehört, selbst wenn die Leute dort Tschechisch sprachen. Die Böhmen haben sich schon immer auch als etwas, etwas anderes empfunden. Das hat sich dann auch nicht zuletzt im Streit um Jan Hus, 100 Jahre vor Luther gezeigt. Und es wundert einen auch nicht, dass die Böhmen dann zu Luther gewechselt sind, als sich es anbot. Hat auch seinen Grund, dass der Prager Fenstersturz der Auslöser für den Krieg wurde damals. Jedenfalls ist sein Vergleich mit dem Limes auch zu goldig. Also alle Städte, alle Gebiete Deutschlands, die damals innerhalb der römischen Grenze waren, die seien quasi zivilisiert und typisch westlich geworden. Alles, was danach entstanden ist, also jenseits der Grenze, ist halt slavisch, osteuropäisch geprägt an Deutschland. Und deswegen habe sich dort eine nicht dazu passende Kultur dort entwickelt. Ja, lassen wir das mal so dahingestellt. Abgesehen davon, dass ich das für Brandenburg und Berlin nicht wirklich sagen könnte und abgesehen davon, dass Hamburg und Magdeburg eher schon typisch westeuropäisch sind, lassen wir das mal, was ich, und das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, was ich unterschreiben kann von dem, was er hier sagt, ist, dass natürlich das autoritäre preußisch-militaristische Denken bei bestimmten Personen in der Weimarer Republik ungünstigerweise dazu geführt hat, dass sie Hitler unterstützt haben. Aber ob es jetzt diese allein waren, ich meine, es gab mehr als bloß den Hindenburg. Sicher gab es in der Weimarer Republik eine Sehnsucht zurück nach dem Kaiserreich von einigen. Aber es gab genauso gut auch die Gegenströmung. Auch die NSDAP hat nicht mehr als 32% 1932 geholt. Ja, gut, und 1933 bei dieser Wahl, deren Grafik ich ja gerade eben eingeblendet habe mit der Karte, waren es halt nochmal 10% Punkte mehr, was halt daran liegt, dass das dann gar keine freien Wahlen mehr waren und dass die KPD halt verboten wurde zwischenzeitlich, was ja eigentlich auch eine antidemokratische Partei war. Ich meine, die waren Stalinisten. Also es gab in der Bevölkerung, in der Weimarer Republik durchaus einen gewissen Teil, der pro-demokratisch war. Und wie wir eben an dieser Karte gesehen haben, kann man sich es hier nicht so einfach machen und sagen, ja, das war der Osten damals, das war damals schon der Osten. Ja, es waren vor allem Gebiete, die heute zu Polen gehören oder zu Russland, wenn man sich Ostpreußen und Königsberg anguckt. Aber die allein sind nicht dafür verantwortlich. Und es lag auch nicht am Hindenburg allein und es lag auch nicht an den Preußen speziell. Mir kommt dieser Versuch von James Horst, die Verantwortung für den Wahlerfolg der Nazis damals hier auf den Osten zu schieben und so zu tun, als hätte der Osten, Ostdeutschland, jenseits der Elbe nie so wirklich zu Deutschland gehört. Und seine Vergleiche, die er zieht, Vergleiche zwischen der Elbe und dem römischen Limes. So von wegen alles, was damals innerhalb des römischen Bereichs war. Da sind die großen bedeutenden Städte entstanden, Deutschlands, die kulturellen Städte, alles östlich davon, mit Ausnahme von Hamburg. Dieses Scheißegelaber. So sieht die Argumentation da aus. Also diese Art von Interpretation und ich frage mich echt, ob James Horst nicht ein verhinderter Kabarettist ist, der das gar nicht ernst gemeint hat. Ich finde, das ist so eine Art deutsche Sonderwegshypothese für Arme. Halt, stopp! Es gibt unter Historikern die These vom sogenannten deutschen Sonderweg. Ursprünglich haben die Deutschen das auch von sich selber gesagt und haben es positiv gemeint. So von wegen, wir sind das Land der Dichter und Denker und wir haben einen speziellen Weg, einen nationalen, kulturellen Weg hinter uns, der uns zur führenden Nation in Sachen Wirtschaft und Wissenschaft und so weiter und so fort geführt hat. Faszinierend. Das war ursprünglich mal von den Deutschen selbst verwendet worden. Der Begriff vom deutschen Sonderweg und war positiv gemeinte. Ja, bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach haben mehrere Historiker den Begriff umgedeutet und es gibt seitdem unter Historikern die verbreitete These, dass es in der deutschen Geschichte schon eine seit Jahrhunderten zurückreichende Fehlentwicklung gegeben hätte, die die Machtübernahme und die Katastrophen des 20. Jahrhunderts in Deutschland begünstigt oder mit herbeigeführt hätten. So nach dem Motto, es hätte ja bei dieser Geschichte jetzt so kommen müssen früher oder später. Deutschland habe sich halt anders entwickelt als andere westliche Staaten und deswegen hatte es Deutschland nötig, erst nach 1945 in den Schoß westlicher Staaten aufgenommen zu werden. An diese These erinnert mich James Hawes, allerdings halt in einer etwas abgewandelten Version. Er behauptet nicht, dass ganz Deutschland diese Probleme hatte. Er behauptet, das sei alles die Schuld von dem Teil von Deutschland, der östlich der Elbe läge. Also eine Art modifizierte deutsche Sonderwegshypothese. Meine Meinung zur deutschen Sonderwegshypothese, also nicht zur der von James Hawes, sondern zur echten, die verbreitet ist unter Historikern, wobei es auch Historiker gibt, die dem widersprechen. Meiner Meinung nach haben die zwar recht, wenn sie sagen, dass Deutschland die verspätete Nation ist. Das lässt sich nicht bestreiten. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Reichsgründung 1871 war, gab es viele der westlichen Staaten, die wir heute haben schon. Also zumindest in Westeuropa oder auch die USA. Frankreich gab es schon als Nationalstaat. Großbritannien gab es schon längst als Nationalstaat. Die Holländer gab es als Nationalstaat und die hatten auch alle ihre Imperien und so weiter. Da ist Deutschland tatsächlich erst viel, viel später als moderner Staat aufgetreten. Also ja, also ja, wenn Historiker Deutschland immer als die zu spät gekommenen Nationen oder verspätete Nationen bezeichnen, das unterschreibe ich. Die Behauptung, es hätte deutsche Fehlentwicklungen schon seit Jahrhunderten gegeben, die anders gewesen wären als in anderen europäischen Ländern, die dann mehr oder minder in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts führen mussten. Das unterschreibe ich dagegen nicht, weil es gibt einfach keine Norm, wie sich ein westlicher Staat entwickelt hätte. Wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Entwicklung von Frankreich und Großbritannien anguckt, das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Es gibt hier quasi keine Norm, keinen Normalzustand, von dem jetzt speziell die deutsche Geschichte abweichen würde. Die Deutschen haben selbstverständlich ihre Eigenheiten, ihre Spezialitäten in der Geschichte. Das gilt aber für die Franzosen und für die Briten auch und für die Holländer, wobei Deutsche und Holländer waren ja bis zum Westfälischen Frieden eins im Heiligen Römischen Reich. Also jeder Staat kann von sich behaupten, seine Eigenheiten und Besonderheiten in der Geschichte zu haben. Dass es denen einen deutschen Sonderweg gegeben hätte, durch den sich Deutschland von allen anderen unterscheiden würde historisch, das bestreite ich. Womit ich nicht gesagt haben will, dass es nicht auch schon im 19. Jahrhundert Fehlentwicklungen in der deutschen Geschichte gab, die später den Nazis in die Hände gespielt haben oder die sie begünstigt haben. Denn man darf hier nicht vergessen, dass der ganze völkische Mumpitz, dieser vollkommen ahistorische, stupide Germanenkult, angereichert mit völkischem, antisemitischen, nationalistischem und rassistischem Gedankengut. Den gab es schon im 19. Jahrhundert. Diese völkischen Strömung gab es schon im 19. Jahrhundert. Aber es waren halt damals nur Strömungen. Genauso gut gab es im 19. Jahrhundert auch die sozialdemokratische Strömung oder verschiedene christliche Strömungen und so weiter und so fort. Und diese völkische Strömung mag es zwar im 19. Jahrhundert schon gegeben haben, aber im Kaiserreich waren Juden gesetzlich gleichberechtigt. Einer der heftigsten Kritiker dieser völkischen Strömung im 19. Jahrhundert, einer der am schärfsten dagegen gewettert hat und sich am meisten drüber lustig gemacht hat, war in der deutschen Geistesgeschichte Friedrich Nietzsche höchstpersönlich. Friedrich Nietzsche. Gut, wie sollte es auch anders sein, wenn schon seine eigene Schwester den Scheiß geglaubt hat. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, sorry. Nietzsche darf hier jetzt nicht als Beispiel deutscher Geistesgeschichte genommen werden. Der Kerl war aus Sachsen, also anderer Kulturkreis. Also wenn man mich danach fragt, was es im 19. Jahrhundert der deutschen Geschichte an Fehlentwicklungen gegeben hat, die später zumindest die Nazis begünstigt haben, dann sind es diese völkischen Gruppierungen, die es damals schon gab. Ein paar politische Gruppierungen und Strömungen, die auch nichts weiter geblieben wären als eine Subkultur, wenn nicht Anfang des 20. Jahrhunderts ein arbeitsloser Schulabbrecher in Wien, weil er ja sonst nichts zu tun hatte, seine Arbeitslosigkeit und seine Zeit im Obdachlosenwohnheim damit verbracht hätte, diesen Scheiß zu lesen und ihn sich einzusaugen wie so ein nasser Schwamm. Und wo ich gerade dabei bin, ich habe da eine ganz, ganz große Bitte, eine dringende Bitte an die Wiener Kunstakademie. Wenn sich beim nächsten Mal ein arbeitsloser Postkartenmaler bei euch bewirbt, dann nehmt ihn an. Bitte tut der Welt einen Gefallen. Zurück zum Thema deutscher Sonderweg, nein, den sehe ich nicht, denn auch die Geschichte Italiens, Spaniens, Frankreichs, Großbritanniens ist ziemlich unterschiedlich verlaufen und so hat halt auch die deutsche Geschichte ihre Eigenheiten. Kein Sonderweg, aber Eigenheiten. Viele andere Staaten haben auch keine lineare Entwicklung hinter sich. Was Deutschland angeht? Ein Sammelsurium von vielen kleinen Fürstentümern, Herzogtümern, einzelnen Herrschaftsgebieten, die erst im Laufe der Jahrhunderte zusammengefunden haben. Die sich zunächst als die heimlichen Nachfolger der Römer fühlten, weil sie ja schließlich einen Kaiser hatten, so wie die alten Römer. Und dieser Kaiser ja schließlich vom Papst in Rom bestimmt wurde, gekrönt wurde. So wie es zuallererst mit Karl dem Großen geschehen ist, der wurde im Jahr 800 zum Kaiser gegrönt und das war ein ganz besonders politisches Ereignis, weil bis zu Karl dem Großen hat es 300 Jahre lang keinen Kaiser mehr in Europa gegeben. 300 Jahre zuvor war das Römische Reich, das Weströmische Reich zusammengefallen. In der Zwischenzeit waren die Franken zum größten Reich Europas herangewachsen und dadurch, dass die dann einen Kaiser an der Spitze hatten, fühlte es sich für die Franken so an, es setzte sich die Vorstellung durch, dass jetzt das alte antike Kaisertum in Form, in Gestalt von Karl dem Großen wiedergeboren worden sei. 150 Jahre später wurde dann schließlich der ostfränkische König Otto, Otto der Große war dann nach Karl dem Großen 150 Jahre später dann erst der zweite Mensch, der ebenfalls in Europa zum Kaiser gekrönt wurde, wenn auch nur zum Kaiser des Ostfrankenreichs, weil Karlsreich war bereits zwei Generationen nach Karl dem Großen zerfallen. Aus dem Westteil des Frankenreichs sollte Frankreich hervorgehen. Aus dem Ostteil wird das, was sich später Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation nennt. Eben deshalb, weil Otto der Große nach Karl dem Großen der zweite Kaiser in Europa war und diese Tradition wurde dann fortgeführt. Ab da wurden dann zumindest die meisten Könige, die gewählt wurden im Reich, auch von den Päpsten zu Kaisern gekrönt. Natürlich erwarteten die Päpste dann auch von diesen Kaisern, dass sie eine besondere Schutzfunktion für das Christentum übernehmen. Dazu gehörten dann auch die Kreuzzüge und so weiter. Aber eben genau deshalb fühlten sich die Deutschen, nennen wir sie mal so, auch wenn der Begriff Deutsch und Deutschland erst im Laufe der Zeit entsteht, als die rechtmäßig nachfolgende Römer. Oder zumindest die Herrscher des Reiches fühlten sich so nicht unbedingt die Untertanen. Als Deutsche haben sie sich noch lange nicht verstanden zu dieser Zeit, auch wenn das Wort Deutsch bereits erstmals im Mittelalter auftaucht. Aber man betrachtete sich nicht in erster Linie als Deutsche, sondern man dachte eben Regionaler. Man betrachtete sich als Schwaben, Sachsen, Bayern, sonst was. Preußen später. Es dauerte bis ins 19. Jahrhundert, bis auch die Deutschen, bedingt durch Napoleon, das Gefühl hatten, ey, so ein moderner Staat, das wäre doch auch eine tolle Sache. Wir wollen auch so einen Staat haben, wie die anderen alle haben. Und den Rest der Geschichte kennen wir. 1806 hörte das Heilige Römische Reich, deutsche Nationen für immer zu existieren, auf. Nach über 800 Jahren Geschichte, man kann sagen, so seltsam dieses Gebilde auch war, dieses ziemlich föderale, dezentrale, komische Reich ist der mit Abstand langlebigste Staat der deutschen Geschichte gewesen. Aber die alte Reichsidee, also die Vorstellung, man sei jetzt hier Nachfolger der Römer mit römischem Kaisertum und Schutzherr des katholisch-römischen Glaubens, diese Idee war einfach schon ausgelaugt, damit lockte man keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das Reich war einfach nur noch ein monströser, politisch-religiöser Dinosaurier. Außerdem, seit dem Westfälischen Frieden haben die einzelnen Landesherren noch mehr Souveränitätsrechte bekommen und außerdem bekriegten sich auch noch Preußen und Österreicher seit dem 18. Jahrhundert die ganze Zeit und waren Konkurrenten. Da musste nur noch Napoleon kommen und bessere, modernere Ideen hervorziehen, um einige dieser Fürsten zu überreden, sich doch lieber ihm anzuschließen. Und so traten viele Gebiete aus dem Reich aus und schlossen sich freiwillig Napoleon an. Naja, solange Napoleon siegreich und erfolgreich war. Schließlich haben die Deutschen sich zusammengetan, um ihn wieder loszuwerden. Um das alte Reich trauerte zwar keiner mehr, aber die modernen Ideen der französischen Revolution und das neue Verständnis von einem Staat, das im 18. 19. Jahrhundert dann aufkam, das gefiel zunehmend auch der Deutschen und einer solchen Nation wollten sie auch sein. Napoleon, der eigentlich ursprünglich die Absicht hatte, die deutschen Staaten gegeneinander auszuspielen, hat genau das Gegenteil bewirkt. Sie haben sich am Ende alle zusammengetan, um gegen ihn zu kämpfen. In diesem Kampf gegen Napoleon waren sie dann alle beisammen, auch die Ostdeutschen, also auch die Aborigines von jenseits der Elbe. Wenn ich mich recht entsinne, ist Leipzig, wo 1813 ja die legendäre Völkerschlacht gegen Napoleon stattfand, in Ostdeutschland. Oder, Mr. Horse? Doch auch wenn der Kampf gegen Napoleon die Deutschen geeint hat und in ihnen den Wunsch geweckt hat, auch so einen modernen Staat haben zu wollen, sie haben doch auch einiges Praktisches von Napoleon mitnehmen können. Napoleon hat Großreine gemacht auf der Karte. Er hat aus den vielen, vielen kleinen Herrschaftsgebieten im deutschen Raum wenige größere gemacht. Er hat mehrere Gebiete miteinander verschmolzen. Also man kann Napoleon als Deutscher ebenfalls dankbar sein, auch wenn es am Ende ganz gut war, dass man ihn wieder losgeworden ist. Und auch wenn beim Wiener Kongress man sich genau gegenteilig entschieden hat, nämlich dass es keinen geeinten deutschen Nationalstaat geben sollte. Die einzelnen Landesfürsten wollten ihre Souveränität nicht opfern und die anderen Mächte drumrum wollten keine neue Großmacht in Europa haben, also wollte, also beschloss man einen deutschen Bund aus über 30 Kleinstaaten, so haben sei besser. Der Wunsch der Deutschen nach einem gemeinsamen Staat wurde übergangen. Aber dieser Wunsch nach einer deutschen Vereinigung und einem modernen deutschen Staat, dieser Wunsch war auch mit dem Karlsbader Beschlüssen nicht zu bekämpfen. Und er überlebte auch die leider gescheiterte Revolution von 1848, wo man dicht dran war, sowas zu verwirklichen. Aber es sollte nicht das Parlament in der Frankfurter Paulskirche sein, das die deutsche Einheit beschließt. Nein, diese Aufgabe sollte man anders übernehmen. Preußen hat eine wichtige Rolle bei der deutschen Vereinigung gespielt. Es hat auch eine unrühmliche Rolle gespielt, weil ich sag mal Kaiser Wilhelms, Kaiser Wilhelm der Zweite, seine Politik war extrem kurzsichtig, seine Außenpolitik und er hat natürlich dadurch den Ersten Weltkrieg mit verursacht. Klar, er war leider nicht intelligenter als der russische Zar oder der österreichische Kaiser, das muss man ihm vorwerfen. Den Rest der Geschichte kennen wir, aber um jetzt ein für alle Mal zum Schluss und zum Schluss des Videos zu kommen. Ich bin dem Autor dieses Buches jetzt nicht böse, wegen dem, was er da schreibt. Ich finde es, wie gesagt, eher, es hat was von dem Kabarettstück. So wie er Preußen darstellt, so wie er die ganze Geschichte Preußens oder Sachsens oder Ostilbiens verkürzt und nur aus dieser ganz negativen Sichtweise betrachtet, das ist schon lustig. Er wägt an dieser Stelle auch überhaupt nicht ab. Also er versucht auch nicht, irgendwie was Positives in diesen Bereichen zu sehen. Sein Fazit, das sich wie ein roter Faden durch das Werk zieht, auch wenn dieses Werk in anderen Bereichen durchaus informativ ist. Also man kann es sich echt kaufen, wenn man was über deutsche Geschichte lesen will. Es ist halt sehr stark meinungsgefärbt. Sein Fazit ist einfach, die Deutschen hätten es bei der alten Bundesrepublik belasten sollen. Das hätte besser zum Westen gepasst, zu westlichen Werten, als das Ostdeutschland, teilt, das Ostelbien. Das ist alles falsch. Die Deutschen hätten sich in einem Anflug von Nostalgie wieder mal als Preußen missverstanden und hätten die Wiedervereinigung gewollt deswegen. Und so sei eben in den letzten 30 Jahren nicht zusammengewachsen, was sowieso nie zusammengehört hat. Eine These, die ich, wie ich in diesem Video hier ausgeführt habe, jetzt so nicht stehen lassen wollte. Denn ich sehe keine signifikanten Unterschiede, gerade im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit, zwischen der Kultur in Sachsen oder der Kultur in Bayern oder Schwaben oder in Brandenburg. Der Einfluss Preußens auf die deutsche Geschichte ist durchaus ambivalent. Da könnte ich ihm recht geben, wenn er es nicht gar so negativ darstellen würde. Aber man kann Preußen danken dafür, dass es seine Rolle bei der Gründung des ersten modernen Nationalstaates der deutschen Geschichte gespielt hat und zur Einigung beigetragen hat. Auch wenn es natürlich fairer gewesen wäre, hätte Preußen nicht diese dominante Rolle im Kaiserreich gehabt. Es wäre fairer den anderen Teilen Deutschlands gegenüber gewesen. Die Kurzsichtigkeit von Kaiser Wilhelm II. und das Fehlverhalten von Leuten wie Hindenburg hat natürlich in die Katastrophe geführt, aber dafür hat Preußen dann auch bezahlt. Preußen hörte 1933 auf zu existieren. Für immer. Anders als Sachsen, das sich, genau wie Brandenburg, nach der Wiedervereinigung neu gegründet hat. Wer neugierig auf deutsche Geschichte ist, kann das Buch sich gerne gönnen, auch wenn die finale These dieses Buchs dann doch ein bisschen sehr steil ist. Einen anderen Historiker, den ich hier aber auch gerne empfehlen kann, ist ein gewisser Heinrich August Winkler. Da verlinke ich euch auch was in der Videobeschreibung. Auch ein sehr schönes Buch zum Thema deutsche Geschichte. Und er vertritt dann eher so die Sonderwegshypothese. Meiner Meinung nach gab es natürlich gewisse Fehlentwicklungen zwischen Ost und West in letzter Zeit, aber ich sehe jetzt nicht, dass Ost- und Westdeutschland nie zusammengepasst hätten und ich betrachte die Elbe nicht als eine Art Limes. Insofern, für Einigkeit und Recht und Freiheit, schönes Wochenende.